Hallo und Herzliches, Willkommen bei CSMX, heute ein neues Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir GTA San Andreas, aber in 2023 quasi auch die PS2 Edition, bloß halt, wir spielen die alte Steam PC Edition. Ich hoffe es crasht nicht so oft, weil diese Version hat Probleme ohne Ende. Abonniert gerne diesen Kanal, wenn ihr nichts mehr um das komplette GTA-Universum mehr verpassen wollt. Und ich würde sagen, wir verlieren gar nicht viel Zeit, wir gehen direkt in GTA San Andreas und heute usern wir diese Facecam auch als Gaming-Facecam. Das gute alte GTA San Andreas stimmt einmal einfach auf, entspannt auch später ab, ob ihr diese Facecam hier als Main-Perspektive haben wollt oder diese hier, also als Gaming-Perspektive. Wir gehen aber auf jeden Fall jetzt erstmal in GTA San Andreas, let's go. Ah, diese Sounds allein schon, diese Sounds. After 5 years on the East Coast, it's time to go home. After 5 years on the East Coast, it's time to go home. Alright, benutze das Bike. Theon, das sieht so weird aus, das Game irgendwie, weil ich aber auch lange nicht mehr drin war. Aber wir machen die Nummer. Das gute alte San Andreas, zweifeligende, ne? Wow, ASAP! Ey, hier ist ein Baller, den überfahren wir erstmal. Du bist ein Niemand! Niemand bist du! Bam, 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 bam! Wo ist die Knarre hin? Uäh! Ähm, yo, schau mal, schau mal, schau mal. Bam! Ey, was hast du da, Bruder? Schild! Von wo? Mit dem Jungen! Ey! Aber jetzt haben wir auch einen MP. Und wir haben jetzt ein schönes Auto. Ey, ich... Ich komm grad nicht mit diesem Cheat-Kartner. Hehehehe! Guck dir diesen Goofy-Charakter an, Mann! Der kann gleich zusehen, was hier passiert. Höh! Der, was ist eine Scheiß-Waffe! Hallo, Treff! Mein Jung! Bist du, red nicht! Ihr seid aus der gegnerischen Gang, ne? Ne. Das akzeptiere ich so nicht. Ey, was haben wir denn hier schönes? Ja, Mann, rauf da! Wer bist du? Game Crash. Und jetzt haben wir auch die Waffen in beiden Händen. Das ist so dermaßen wild. Ja, guck mal den hier an. Wer bist du? Traut sich denn keiner, hier aus der Hood herzukommen? Muss ja erst diesen hier machen. Eure Hood-Leute hier generell zusammenschießen, oder was? Ach, du bist der Erste, der sich traut. Ja, und auch der Letzte, denke ich erst mal. Oh, ich hab jemanden. Ich hab jemanden. Hä, ist das geil. Guck mal, wie sie Angst haben! Ich hab noch nicht so gutes Aim. Hä? Ich hab ne Ikea und hier nicht. Was macht er hier nun? Junge, lass mich in Ruhe. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ich hab sogar diese komische Nova. Du kannst nichts. Bist du von der Hood? Steigst du aus? Na, natürlich steigst du aus. Niemand. Niemand steigt hier aus. Du bist einer von der Hood, ne? Weg mit dir. Mit den Jungen. Wir müssen hier weg! Bruder, CJ rennen. Scheiße. Scheiße. Sie haben uns. Drei Männer. Und niemand kriegt mich. Never mind. I'm back in the Hood. Und der erste, der jetzt kassiert, ist der Ehe. Gucken Sie an. Bam! Ich hab nicht getroffen. Shit, was geht ab, was geht ab, was geht ab? Und der ist weg hier. Wir haben genug Müllchen gebaut. Drei Meter gefahren. Red nicht. Red nicht. Red nicht. Du möchtest reden? Red mit mir. Red nicht. Red nicht. Du möchtest reden mit mir? Red nicht. Red nicht. Red nicht. Einsteigen. Salam. Wow, wer bist du? Das musste ich tun. Weil die Achis haben keinen Respekt vor mir. Das war übelst dumm von mir. Oh mein Gott, war das dumm von mir. Steck ein, steck ein, steck ein, steck ein. Wow, mein Gott, ich hab's geschafft. Let's go. Aber die nehm ich auch nochmal mit. Äh, irgendwie nehmen wir mal wegfliegen. Ich muss aus Los Santos weg. Glaube ich zumindest. Das war's. Das war's. Das war's. Ja, das war's. Das war's. Das war's. Zu viel erwartet von mir. Ich helfe der Oma mal schnell rüber. Der Oma, was bist du denn für ihn da? Könntest du... Ey, schießt ihn an. Was, Bruder? Ich glaube, wir sollten mal ein bisschen besser auf unser Leben aufpassen. Deswegen snipen wir jetzt. Bam. Wer bist du? Red nicht. Ich hab voll Bock, einfach mal in die Rakete reinzuwerfen. Wer kommt, wird hier nicht lebend rauskommen. Ich hab genug Munition für euch alle. Wer bist du? Ich muss den Helikopter... Ich muss... Ich brauch den Helikopter. Der Helikopter muss runter. Der Helikopter muss runter. Die seien sich ab. Helfen sie mir, ich bin in Gefahr. Okay, okay. Okay. Du kannst aussteigen. Das Auto ist kaputt. Kannst du dir... Auto ist kaputt. Und ich bin auch kaputt. Cool, Gang. Ich hab immer noch einen Stern. Das Game ist korrupt. Ich merk das richtig. Kann ich es faktisch gesehen schaffen? Nein. Ey, wäre ich jetzt wegen dem Typen gestorben. Lass mich in Ruhe. Scheiße, das war so dumm. Das war so dumm. Es war so dumm. Ich hätte ihn einfach leben lassen müssen, den Krop. Ich move. Ich move, aber ich hab einen Krop hinter mir, Bro. Und schaut. Keep up, motherfucker. Ich hab immer noch diese Korps am Hals, Bruder. Was denkst du von mir? Wee. Wee. Ich hab ein HP, Mann. Red nicht. Ja, schießerei. Es ist gar nicht gut. Wir sind nicht mehr weit von der Hood weg. Das ist ganz schlecht. Das ist ganz, ganz schlecht. Oh, flieg da aufs Maul. Ich verstehe manchmal echt nicht, wer auf mich schießt. Aber ich glaube, wir schaffen das. Nein, wir schaffen nichts. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wann ihr das letzte Mal GTA San Andreas gespielt habt. Und ob es für euch das beste GTA aller Seiten ist. Ich würde sagen, abonniert gerne diesen Kanal, wenn ihr nichts mehr um das komplette GTA-Universum mehr verpassen wollt. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Euer Luca. Und ciao, ciao.